Herzlich willkommen zurück, Leute. Eine weitere Runde Trouble in Terrace Towns, von Angesagt, mit dabei ist Heinzhausen, Hills aka Good Game. Hallo. 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 Oashigo. Hallo. Bobo Botza. Hallo. Krabs. Hallo. Nefi Jatz. Hallo. Und immer noch Gorobai. Ich bin noch dabei. Ab morgen übrigens nicht mehr. Ja, genau. Für alle Hater, schaltet auf. Gorobai in seinem letzten Auftritt. Ja, gut. Da musst du mal 10 Uhr aus Abi nachholen. Eigentlich wollten wir ihn noch die Einleitung sprechen lassen, aber dann haben wir doch dagegen gestimmt. Lasst einen Like da. Bei 20.000 Likes haben wir wieder mitgemacht. Wer hat er aufgemacht? Goroboi. 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 Ich dachte mir gerade, Shigo hat auf Krebs geschossen. Schnau ihn ab, Kapuze. Er schießt! Okay, okay. Ja, ja, ja. Ich dreh mich weg. Confirmen. Kapuze ist es! Kapuze! 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 Kapuze erschossen! Jawoll. Oh, Dalo ist es. Sehr gut gemacht. Was da aufhängt seit dir Good Gaming? Dreh dich um, der kommt von hinten wieder. Da hinten ist Shigo. Hä, Shigo? Wieso bist du jetzt so stark verwundet? Danke Kapuze, dass du Good Gaming erschossen. Wer ich? Oh, sorry. Nee! Das stimmt. Und danke, Nafi, dass du dafür Kapuze erschossen. Wenn du es nicht warst, was Krabs. Jetzt hab ich deswegen auch noch fast Nafias erschossen. Krabs schwimmt hier im Wasser. Nafias ist der Murder. Ich hab ihn angefassen. Ich hab ihn angefassen. Hast du ein Radar? Nein. Aber das ist eine Shotgun. Ach, ich hab eine Deagle und die M16. Okay. Dann war's Krabs. Ich hab eine Angel. Hä, das bin ich? Ja. Ich hab grad mit Shigo geredet. Ist das verboten? Ja. Nein. Ah, okay, sorry. Oh! Aber ich bin's nicht, siehste. Ja, nee, nee. Es ist dann Krabs, Krabs. Da hab ich irgendwo in der Ecke verbumkert. Krabs lief da vorhin rum. Das muss ja nicht heißen, dass er deswegen nicht aufregt. Oh, da ist jemand gestorben. Hä? Hä? Es ist wirklich Krabs, der hat auf mich auch geschossen. 15 AP. Das muss der Dead Ringer sein. Es ist Grants, wa? Oh! Oh, bitte sein Krap, bitte sein Krap. Oh Gott, sei das! Das floppert, mein Freund. Oh, das ist so laut. Wer war das? Ah, Grants. Wer war das? Piu. Oh Gott. Oh nein. Ist da unten einer? Hallo? Komm, ich seh nix. Ich seh nix. Ohhhh! Shigo hat beide abgeräumt. Good Gaming turn da oben noch rum mit seiner Spider-Man Gun und Dieb da oben drauf nicht. Wer hat mich gekillt und wer? Nee, hab ich nicht. Ehrlich nicht. Franz ist ja geil. Das Neuesten zieht der immer direkt von mir die Silent AB. Ich steh immer hinter ihm und erhne. Der muss konstant immer her auf einmal. Du machst ja eben noch im Wasser, ey. Du musst auf einmal den Job. Gott sei Dank hat der Detective mich gerettet, ey. Kapuze hätte mich gehabt. Ja, danke. Ja, ey. Ich konnte so schön noch den Verdacht auf Crap lenken, ey. Ja, mit Goro bei Verdächtig. Dann haben wir Kapuze verdächtigt und dann war Dalu tot, ey. Ich hab ja den Kühlschrank aufgemacht und Goro gerufen. Goro? Ja, nicht so. Ich hab jetzt aber auch gedacht, dass es Goro war. Ja, er hat auch gedacht, dass es Goro war. Ja, er hat auch gedacht, dass er es gesehen hat. Ja, bei der Crap. Goro! Harry Potter, gehen Sie weg. Harry Potter. Ich will doch nur in die Umkleidekabine. Goro schießt auf mich. Du hast gesehen. Good Gaming schießt auf mich. Ja, tut. Ey, ey. Er hat wirklich auf mich. Er hat geschossen. Nein, ich hab gesehen, dass Good Gaming war. Die Dägen gesagt, dass du das warst. Der Lüge. Der Lüge. Alter, auf mich wurde gesnipert. Ja. Die standen oben. Good Gaming hat ein Schuriken in der Hand. Rika? Kapuze. Wer hat jetzt wirklich auf mich geschossen? Das Baby kommt. Das Baby kommt. Das war ein Good Gaming. Du kennst es ihn doch. Du kennst es ihn doch. Sag mal. Kannst du machen uns? Nein, ich bin es nicht. Ah, ey. Okay. Dann ist es Nefi. Warum ich? Nein gesagt hast. Echte Traitor hätt ja gesagt. Wurde Goro jetzt getötet von Nefi oder wie? Nein. Darum nichts gemeint. Mich hat er noch nicht. Aber er macht das. Wir sind nur da rauf gekommen. GORUBAI. 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 Das ist immer GORUBAI. Letzte Folge jetzt. Wollt ihr meinen Namen hoch? Ja. Damit die Leute sich auch ein bisschen merken. So scheiße. GORUBAI. 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 Wenn, dann will ich immer GORU zuerst töten. Das ist ja nicht. Oh, der wird gerutscht. Aber der Bademeister sagt, ist noch nicht offen. Bin aber in der Rutsche. Ist ja noch gar kein Wasser in der Rutsche. Muss erst einlassen. Angewesen. Erst rutschen, wenn die Ampel auf grün ist. Da oben ist Nefi. Nefi kämpft da oben. Ich kämpfe da oben. Er ist ja auch. Er ist hochgeklettert. Nein. Schieß ihn mal an. Hey. Hat jemand Nefi da runtergeschubst? Dalu ist es. Was denn Nefi? Ich hab mich geschossen. Du willst. Wenn du der Trailer bist. Aber Dalu steht da oben. Ich seh den Trailer schwimmen. Ich seh Nefi. Da oben war noch einer auf der Rutsche. Wirklich. Aha. Nils. Ich dachte du holst die Taube raus. Was denn? Was ist los mit dir? Kleines Täubchen. Bist du immer hochgekommen? Ja Nils ist es. Er hat mich eingesperrt. Er hat mich geschlossen. Das ist nicht wahr. Dankeschön. Dalu lügt. Ich schieß jetzt gleich auf ihn. Du musst auch rauskommen, du Buhn. Das lass ich mir nicht gefallen. Boah, da wurde einer von oben runtergeschossen. Dalu hat Nils getötet. Oh, wir werden angeschossen. Ja, du bist es da. Tut mir leid Nils. Ich hab gesehen, was du gedroppt hast. Das war nicht der Smartphone. Das war doch wieder ein Unfall, ey. Ich hab einen Trailer gekillt. Ich kann da nicht besser recht geben. Aber er hat beleidigt. Da hast du dich gestocht. Das ist Provokation. Auf ganz so einem Niveau hier. Dann hat er es aber auch verdient. Da ist Dalu. Er war Trailer. Er hat einen Sniper gedroppt. Oh, ich bin angesnipert. Von wo denn Dalu? Ich bin hier mit der Shotgun unter euch. Ich hab doch einen Trailer gekillt. Eigentlich könnte Capuzzi sogar bestätigen, wenn er Credits bekommen hat. Es ist Craps, Leute. Ja, Craps. Das ist der Sniper. Der ist im Trailer-Shop. Oder hier im Trailer-Raum. Oder an vorne. Bist'n du gestorben? Ich kann nicht schießen. Hast du da gestorben? Ah, da wird geschossen. Ja, ich versuch die Waffe runterzuschießen. Oh krass. Hey, auf wen hast du geschossen? Auf die Claim? Auf die Claim? Botz, da ist es. Botz hat gerade Goro bei erschossen. Okay, so sagt der Detektiv. Warum darf man Goro nicht mehr töten heute? Weil du bist das. Das war Gurus letzte Aufnahme und du killst ihn doch noch. Oh, im Sprung! Da. Was ein Luck-Shot. Dalu, lebst du noch? Komm doch hinten zur Kabine, Nephi. Ah, au! Shit, 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 shit. Nein! Wieso? Warte mal. Wer lebt denn da noch? Lass das sein! Er ist hinten bei den Kabinen. Komm doch hierher, Nephi. Ja. Schlimm genug, dass ich dich nicht treffe. Ich weiß, ich mache ja auch Links-Rechts-Bewegung. So, jetzt gucke ich, wo du bist, Nephi, und dann bist du fällig. Warte, Krabs, hast du da eine AWP? Krabs hat eine AWP? Krabs ist es auch, Krabs ist es auch. Ich habe keine AWP, es ist ein Sniper. Nee, du bist es. Oh, Nephi. Ich habe so eine scheiß Waffe dafür, ne? Krabs ist es und Botter ist es. Nein. Doch. Boss-Ter, heiß ich. Nee, du bist ein Botter. Wer liegt denn hier? Krass. Oh, stecken sich die Schnitzel hier. Ja, pass auf, Krabs ist es auch. Ja, ja. Hi, Nephi. Selbst im Nahkampf schafft er es nicht. Ja, Bots hat nicht mal viel Leben. Komm schon! What's on, Krabs? Kannst du mir sagen, wo der ist, Kapuze? Ah, okay, 62. Ah, fuck. Ah, okay, 62. Ah, fuck. Oh nein, Shigo, ey. Der war gut, oder? Der war super. Die haben es nicht gesehen, so wie ich es gesehen habe. Das war so schön. Ich, ja. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ach, nix. Er war einfach stehen geblieben und du bist weitergelaufen. Oh, clever. Ich hab ihn nebendran reingegangen und er steht in der anderen daneben. Nein! Kapuze, hier vorne bin ich. Nein. Doch, hier vorne, unten. Ach schön. Schieß doch auf mich. Soll ich hochkommen? Ja, mach das. Okay, dann kannst du mich töten. Denk erst da oben rum, oder was? Ja, aber warte ruhig, Krabs, ich mach ihn jetzt. Nein, ich töte ihn. Ich hab nicht, wir haben nur drei Leben. Egal, bleib da. Töte mich. Haha, Krenzen. Ach, Kapuze, ey. Hat er dich gekillt? Mal sehen, was zu Mark ist. Warte. Steck mich schon an. Mark, wenn du dich ein bisschen grad schießt, weil, was könnte ich tun? Ja. Du hättest auch tun können. Hast kein Krenzen? Hahahaha. Er hat auch einen Fade an, Mann. Ah, deswegen. Ich hatte nämlich auch nur noch drei AP. Hättest Kapuze wärst du nicht gestorben, deswegen. Ach so, das wusste ich nicht. Ich hab hier schon die Krenzen. Aber das mit Chico war so geil. Chico geht links, geht rechts, Krabs bleibt in der Kabine stehen. Chico geht links in die Kabine und beide stehen da drin und warten. Das war so gut. Ich hatte Angst. Nils frei zum Abschuss. Aber dann ist in die Clamour gelaufen. Wenn ich's werde, töd ich direkt Nils, Leute. Bestens krieg ich von Heinzhausen Hils für die Aktion einen Daumen nach oben. Der Kutsch. Sieh, war ein guter Kill. Ja, ja. Der war wirklich nicht schlecht, aber die Lüge danach fand ich noch besser. Ja. Die Lüge danach. Ich wollt einfach nur nicht erschossen werden, weil es war ja so mittig im Fell. Sag dir was von wegen, ich hab gesehen, was du gedroppt hast. Damit allgegen, dass ich Traitor bin. Dabei war ich auch gekrämt. Hä? Ich dachte wirklich, dass Nils Traitor war. Ja. Weil Krabs hab ich ja gesehen, wie er gesnipert hat und denk mir so, hey. Gernz, wo bist du denn jetzt? Ich hab mich voll gefreut. Ich bin's ja leider nicht geworden. Ich hab extra nie auf dich geschossen. Ist Dalu ihn so beschuldigt? Obwohl Dalu selbst auch nicht Traitor ist. Ich musste ja damit ich leben. Personal Space, Nils. Personale Spinsifikation. Personal Wiese. Darf ich ne Plasma nach Goro werfen, Detective? Nein. Doch. Nein. Hä? Nein. Dalu ist wirklich nicht Detective. Nifi, jetzt ab. Er hat ja auch erst allgemein gefragt. Kaputt, auf wen hast du geschossen? Mifias, das ist der einzige für mich, Leb-Woll. Nee, Dalu ist Chainsand! Dalu ist Chainsand! Dalu ist Chainsand! Dauwoll! Ach, den Stück ey. Das hat einer aufgemacht! Ja genau! Keiner in der Nähe und da, du gehst rein! Da, da kommt wieder raus der Sack und geht wieder rein! Und jetzt kommt er wieder raus! Der Detektor ist verstaut! Nee, fliege weg! Musst du echt weg? Ich hab meinen Hut verloren! Du bist keine Respektspersonen mehr! Warte, ich hole dir! Ich hole dir! Soll ich ihn erlösen? So wie nein! Good Gaming ist auch Twitter! Der war böse! Good Gaming ist Twitter! Ah, das war ja zu schade! Weg da, weg da, weg da! Boah, ich hab einen Doppelgänger und einen Taube! Bin auch da! Aber du hast auch... Good Gaming hat auch auf Dalu geschaffen! Warte, hat er noch Punkte? Obwohl, der hat so viel gekauft! Der hat bestimmt keine Punkte mehr! Da muss es ja Goro sein! Oder du bist das! Dann können wir uns ja duellieren! Ja, dann lass ein Duell machen! Boah, ich lief dann Dalu rum, weißt du! Krabs kann es anders sein! Krabs auch! Darf ich eine Plasma auf Kapuze werfen? Nein! Wer ist jetzt der Dalu, der hier rumrennt? Ich! Da, Dalu ist doch Traitor oder nicht! Ich werfe eine Plasma nach ihm! Hey! Er ist tot! Boah, der ist tot! Oh nein! Der lebt noch! Da ist er noch! Warte mal, der hat die Taube! Der Dalu! Knall ihn ab, der ist ein Traitor! Der wird wiederbelebt! Dalu ist Traitor! Hahahaha! 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 Das ist ja unbeheblich! Hey, warte mal! Shigo ist auch Traitor, die war shoppen! Shigo hat doch hier wen gekillt einfach! Hahahaha! Verdammt! Hahahaha! Warte gut! Hahahaha! Hahahaha! Ja, weil er das ja auch wollte! Hahahaha! Bis dann! Und jetzt kommt noch die Plasma, oh, ins Gesicht, ins Gesicht. Das war echt geil, aber ich denk so der macht jetzt nicht den Raum auf, oder? Dann geht er da rein, ey. NEIN! Du Monster! Wenn ich es jetzt werde, dann messer ich Shigo, Leute. Wir verpassen hier ein richtig schönes Lächeln. Alleine wie Kapuze Nils einfach inrichten. DALO war Traitor, DALO war Traitor. Jaja, klar. Ich bin DALO, bin ich Traitor, bin es Nils Tod. Hast du Glück gehabt, DALO? Moment, warum? Weil du Traitor bist? Ich hab dich vorher aufgekillt. Schaff ich wieder. Du hast mich gerade verraten, warum soll ich Glück gehabt haben? Du weißt doch gar nicht, was ich bin. Nö. Nö, geht weg. Du bist es ja und hattest nur noch keine Chance. Toll, wenn ich jetzt tot bin, ist es Kapuze. Nö, ich mach den DALO. Oh, das war DALO relativ schön. Als ob Kapuze lügt schon wieder, ey. Wer ist dafür? Alles klar. Ja, gut. Ah, Zentral! Pultimister! Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich sag so, hä? Ich hab dich getroffen und du sagst so, ne? Na gut, dann geh ich weit. Hey, du weißt gar nicht. Was ist hier los? Nils wollte mich gerade überführen. Wow! Da muss ich jetzt schnell mal auf mich hier, Freunde. Das Einschluss ist doch zu sehen. Freunde der Sonne, ne? Aha. Nö. Nö? Sag das Glas. Was? Na klar. Wer schießt denn da? Wenn Zweifel aufkommen, ist es immer Krabs warm. Wer war denn da? Was winkt wieder? Sicher wieder der DALO. Krabs, wo schießt denn da hin? Good gaming. Wo schießt denn da hin? Möchte ich nicht. Nicht ran, Nils. Oh, wir gehen nach oben. Kapuze will mich da hüten. Ja. Ich glaub Gogo Bay ist das. Ja, soll ich Nappa lunschen? Wenn das Dampf übers Wasser toben. Gogo Bay! Gogo Bay läuft übers Wasser. LOL. Übers Wasser? Jesus. Heftig. Wie ist er denn jetzt abgeschlagen worden? Wieso hat er so einen Abgang gemacht? Ich glaub er ist ganz krass abgeschlagen worden. Oder war das ein Traitorfalle? Von sich selbst oder was? Wie soll man denn hier abschlagen? Puls sind zu, die Puls sind zu. Oh Mann, ich darf doch mal ankommen. Einer hinten bitte, Einer hinten bitte zu den Kabinen. Ich bin hier, aber ich bin fast tot. Ich versteck mich die ganze Zeit. Ist es der Botzer? Ist es wieder mal? Wer ist es denn? Ja weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber die Puls kann man nur vom Traitorraum aus schließen. Und da war ich nicht drin. Und die ist heute rum und geht auf. Nephias! Nephias! Es ist Nephias! Bist du es auch? Oh ja! Vorsicht! Da steht er direkt vorne, der Schütze! Fabi! 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 Tag Talbot! Oh, gut gemacht, Chigorb! Gut gemacht! adap dovod! Gniv! Ich hab Nephias gezogen, Leute! Waaah! centiv, lol! vapoh, der hat ein箱verlein. Gut gemacht, Chigorb! okay. Heım, Cleef! Ich hab Knife gezogen. Hunter. Vor allem macht Nephi erst einfach wieder die Tür auf und ich stehe so nach vorne. Wer war denn das neue Trailer neben Nephi? Ja, ich, aber ich war tot. Der Botster, ey. Ich dachte, ich hab einfach Goro gerufen und dachte, ich hab recht. Nee, weil irgendjemand hat eine Brand geworfen, obwohl Agape nicht da ist und dann war ich fast tot. Ich glaube, das war Gary. Der berühmte Gary. Also, wenn einer von euch Gary heißt, dann kennen wir euch. Der Neue, Gary. Bigo stirbt jetzt. Nein. Aber ich bin aus dem Spiel getampft, das ist ein cooles Kampf. Du hast gerade ein Zeug. Da hat mir der Plasma geworfen. Das war Nephi. Aua. Gut angeschossen. Lass das leiden. Teleportiert. Teleportiert. Hallo. 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 Du Regal. Hallo. Hallo. Lass das. Pass auf. Ja. Ey. Mach mal wieder hoch. Bitte in die Brunnen. Hausmeister. Wie reicht. Kaput ist es. Kaput ist es, ja. Oh doch. Wo ist er? Peng 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 peng. Piu 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 piu. Er schießt zurück. Kannst du nicht. Ey Nephi ist auch schon verletzt. Ja weil ich vorhin angeschossen wurde. Nephi frei zum Abschuss dann. Ich glaube ja dass es Bots da war. Hey Goro hat gesagt Nephi frei zum Abschuss. Was kämpf denn hier? Ich bin angesnipert. Ich bin angesnipert. Was kämpf denn hier einer? Die Traitor kommt immer zum Traitor Room. Ja bestimmt. Da hinten. Check die Ecken Junge. Check die Ecken. Bitte verlassen sie den Traitor Room. Ich kann mich ja auch anschleichen Goro. Denifizieren. Okay. Genau. Wie ich mich Sneaky Wigy anschleiche. Sneaky Wigy. Hä? Wer ist da rein? Wer ist da rein? Bossa. Bossa. Ist es verboten da rein zu gehen? Bossa jo. Ist das ein Verbrechen? Das hier war ein Verbrechen. Ey wie ich ihn weggehe. Er war es aber nicht. Kaput ist jetzt im Traitor Raum Leute. Kaput ist jetzt im Traitor Room. Kaput ist jetzt im Traitor Room. Kaput ist jetzt im Traitor Room. Der Boy. Ich seh das auch noch. Ich glaube es ist Dalu der das Ding aufgemacht hat. Natürlich ist es Dalu wieder mal. Kaput hat ihren umgebracht. Du racist. Okay. Dann tut es mir leid, Grants. Der Party ist vorbei, Jure. Leute. Bin ich der letzte? Ja. Bist du in den Traitor Raum gegangen? Nein. Ist er da drin? Vielleicht Sind wir die zwei Letzten? Ne, einer lebt noch Wer dann, Capuzo oder Nephi? Ähm Habe ich nicht auf dem Radar Drück doch Tab Warte Sollst Tab drücken, Crabs Nein Jetzt sag doch Crabs 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 Wir müssen das Spiel spielen Das TTT Du musst so tun, als wüsstest du nicht, dass Ich der Letzte bin Voll cool und so Daneben geschossen Wie ging das denn? Aber machte nichts raus, nur Goro Was war das denn? Alter, mit der Silent Lass das, ich wollte mir eine neue Waffe geholt Nein, das ist unfair Oh, der Goro Alter, ich habe mit der Silent, habe ich dich weggetroffen Der Detektor von Traitor Man hat das gehört, dieses Durchs Gitter kannst du nicht schießen Ich glaube, du hast gegen das Gitter geschossen Aber es lag da sogar, ich habe Good Gaming auch durch das Gitter abgeknallt Ja Ja, und ich wurde auch gelünscht von irgendwem Ja, aber mit dir wurde es gelünscht Du bist ja auch in den Traitor-Raum gegangen Ja, und du doch auch Kapuze Ja, dann habe ich ja dafür auch hingeregt Das ist wie das eine mal mit Marv, wisst ihr noch, wo Marv einfach so in den Traitor-Raum geht So, jojo, ich auch Ist doch nicht verboten, oder? Ist doch ein Traitor-Raum Warum bist du reingegangen? Um in Zukunft förmen Ja, und ich bin reingegangen, um meinen Spaß zu haben Aber im Zukunft förmen Allein um meinen Spaß zu haben Und dann hast du einfach auf mich geschossen Ja, klar, weil das du warst Du stiftest die immer alle an Du bist wie so ein Kind in der Sandkiste Und du machst irgendwie die Sandwaffe kaputt Und ich hab's gesehen, der war's Und ich hab's gesehen, der war's Und ich hab's gesagt, du war's Und derweil, was ist du? So ist es Wenn jemand so ein Schäufchen geklaut hat Jetzt ist Goro auch noch Dingens Und ich werd von Krabs verfolgt Hab ich die Runde ja auch schon geholt Einfach, weil ich's kann Nee, einfach, weil du denkst Ich hol gleich die Silence wieder raus Was soll das? Entschuldige Team Da wollen sie das sofort Ich muss sich ja alles kaufen lassen Warte, ich baue mich grade Ich geh hier kurz in die Ecke Ach nee, da ist Feuer Krabs gehen wir kurz weg Ja Was machen sie hier hin? Was bauen sie hier? Ich hab mir die Diegel geholt Alter, das war ja wohl Hast du Krabs getroffen? Nee, okay Okay, sammeln sie sie wieder auf Hey Nils 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 hat mich irgendwo Oh Über dich drüber Über den Wolken Alter Wenn ich sterb ist es Krabs Nils Ich hab nur noch Er hat sie in die Granate reingeworfen Kaputt Hey warte mal, wo ist Krabs denn jetzt hin? Alle Sorgen sagt Au Was war ne Frack? Jetzt werf mich Ja dann wär ich tot Werf mich in die Kiste hin Ja Aber Nils macht immer so blödsinn Warum muss der immer so ekelhaft sein? Lass mich einfach mal umbringen Ja klar Ah ich werd schon wieder angesnipert hier Ohohohoho Das war sehr graf Das war sehr graf Gegen der Friendship gegen mich? Ich kanns nicht gerüse sein Nein Ich bin der gegen hier rein Okay, dann ging er nicht gegen mich Geh da mal Das ist schon wieder nicht Jetzt geh da mal weg Mach doch gar nicht Hier hinten ist übrigens ein Traitor Hier Der da Entschuldig Das ist Nils 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 Wühlt mich schon wieder wahrscheinlich Ah ich wollt ihn slammen Ja eh klar Weil du das immer machen willst Ey Dafür alleine Shigo Gehört ja schon an Okay Shigo Shit Wo ist sie denn? Dahin liegt nämlich Shigos Leiche Krabs wir sinds einmal nicht Groos Leiche? Glaube nicht dass du's jetzt bist Bosser hatte Schussgeld darauf Ja ich hab hier der Detective ist tot Lännchen du Diddli diddi Und jetzt scannen wir die DNA Harry Boxer Ja was denn? Du hattest ein Tower Und jetzt bist du tot Oh nein Shigo war schon tot? Fade Oh Bobo's Fade Da hätt ich natürlich mit rechnen müssen Das stimmt Das hättest du doch was Also hättest du wissen müssen ja Goro kennt die anderen Items im Trailershop noch geahnt Das ist das einzige was ich kenn Ich wusste es war gut Und ich wollt grad noch nen Defi kaufen Weil Grants ganz sterben war Und dann Warst du selber am sterben Hättest du mal schneller gekauft Ja dann Hätt ich mir das helfen Für dich und dann eigentlich selbst dran heftig schonmal Wenn man hättest du das wiederbeleben können Kurz bevor du stirbst musst du den hochwerfen Fake Leiche und wiederbeleben Ja dann musst du erstmal ne Fake Leiche kaufen und dann den Defi Oh man Damit kannst du dich selbst wiederbeleben Ja heilen nur oder nicht? Na ja aber vielleicht spawnst du als neuer Spieler Weißt du was ich meine? Wenn du das in der Sekunde direkt schaffst Überall hab ich mich umgebracht Warst du als Traitor da oder? Ja ja du bist einfach als Traitor Harry ist ja neu Deals! Fang! Bro Was hab ich gemacht? Bro 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 Guck mal meine Granate hier, Goro. Nee, Fiatz. Ich geh rutschen! Dalu ist wieder hier. Nee, Fiatz. Dalu, wer war denn dahinten? Leichen. Wer ist da reingegangen? Ja, geh, geh, geh! Jetzt hast du alle Namen mit G durch! Hä? No aiming! Dann muss Goro der andere sein, oder? Warum? Ja! Der Taube, der Taube! Goro hat den... Ja, aber hat ja nen Traitor gekillt. Warum bin ich immer nicht beim Spaß von 1? Schon wieder. Willst du die Taube haben, Dalu? Hä? Wie, was ist denn jetzt passiert? War es Goro? Ja, er war es. Du wolltest mich random killen. Du hast doch einen gekillt! Ich hab die auf dich gebraucht. Ich dachte nur, wenn ich die Taube habe, werde ich ihn sofort am Rücken. Wird klappt. Das hab ich gedacht. Wird man ja wohl mal dürfen. Wird man ja wohl mal dürfen. Wird man ja wohl mal einen Grandskillen dürfen. Als du gesagt hast, willst du die Taube haben, dachte ich, du wirfst die einfach und dachte, wir sind die Letzten. Deswegen hab ich einfach geschossen. Weil dann hättest du ja auch gewonnen. Deswegen hab ich einfach geschossen. Ey Goro, hast du die gesprengt? Es brennt dir Dalu. Das war Nils. In 6 Sekunden mach ich dich. Und dann nehm ich mir deine Diegel. Nein, nein, nein. Ich mach dich, ich mach dich. Peng, 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 peng. Peng, peng, peng. Ich hab dich aufgemacht. Das ist eine AK, die Scheiße. Das ist ein großes Error. Ja, die AK4 ist doch die. Ich suche ne Shotgun. Ey, hat er die Tür aufgemacht? Die Rechte. Nefi, die macht man nicht auf. Wo ist denn der Nefi? Ist er rausgegangen hier? Der hat die Tür aufgemacht. Oh, es ist stalling. Der hat die Tür aufgemacht. Nein, der hat mich angeschossen. Ja, weil du die Tür aufgemacht hast. Ist es Nefi jetzt? Nein, Dalu ist es. Goro bei ist es auch, ey. Ja, Dalu ist es. Goro bei und Dalu sind zusammen. Dalu ist es, Dalu ist es, oben jetzt. Ach, Dalu ist es, der hat mich angeschossen. Ach so, ein Quatsch, jo. Goro boy. Ah, wir werden angeschossen. Oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Nefi, was da los? Stell dir an. Nefi, geh nach oben. Warte mal, Krabs hat auch auf irgendwen geschossen grad. Ja, auf den, der da oben ist, auf Dalu. Das ist Dalu, Dalu ist oben. Wieso können wir nicht nach oben? Weil wir das nicht können. Ich will auch. Goro, hilf mir doch jetzt mal. Goro, hilf mir doch jetzt mal. Goro, hilf mir in den Disco. Goro, hilf mir. Was jetzt? Ich hoffe, Shigo hat ein Fate gehabt. Too fast for you. Hast du gekillt? Ich bin das nicht. Ey, du bist es doch. Nein. Du bist es. Na, jetzt mach erstmal die Tür zu. Jetzt keiner, wir sind nur noch wir drei. Mach kein Blöd. Kapuze. Lass sie nicht verwirren. Lass sie nicht verwirren. Lass sie nicht verwirren. Lass sie nicht verwirren. Nein, Kapuze, die ihr sprengt. Lass sie nicht verwirren. Lass sie nicht verwirren. Lass sie nicht verwirren. Es ist keiner von uns. Es ist keiner von uns, Leute. Lass sie nicht verwirren. Wenn es keiner von euch ist. Alle anderen sind tot. Einer von euch drei ist es. Und der andere Trailer ist einer von euch. Wir werden es nie erfahren. Das steht nicht vor. Kapuze, du hast echt dazugelernt in den letzten Folgen mit den Schauspielerkünsten. Super. Jetzt hat er bald alles alle durch. Und gleich schießt, Nils. Goro, glaub es nicht. Entspann dich mal kaputt. Jetzt entspann dich mal. Goro, kommst du gerade an? Hallo, Entschuldigung, was machen sie denn hier? Den hab ich, den hab ich. Ist er tot? Gut gemacht. Wer hat den gekillt, der stirbt am Fade. Wir beide. Ich sollte doch schnell den anderen töten, wenn ihr den dritten Trailer wollt. Einer von euch beiden. Einer von euch beiden mit Schnerven. Der andere ist der Trailer. Halt meine Hand. Strat, die halt meine Hand. Hier ist alles gut. Aber wir leben noch. Der hat kein Fake. 24.12. Ich hab die Seile zur... Aber die Televolution. Was? Du hast die Seile? Jetzt hab ich alle drauf. Oh, es ist silent. Hallo? Oh, der Mörder wird reinkommen. Wo ist er? Da ist nicht mal der Boy. Cheese. Ich mach alles. Yes! Oh, der Mörder wird reinkommen. Oh, der Mörder wird reinkommen. Oh, der Mörder wird reinkommen. Der Mörder wird reinkommen. Warum gibt's auf einmal nur zwei? Es gibt die ganze Zeit nur zwei. Seid nicht spiel. Ach ja, klar. Der Druck wurde zu hoch auf der Puzze. Oh, egal. Aber sie sind gleich eskaliert, als ich als Nils reinkam. Ey, keine Chance. Bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute. Tschüss. Tschüss.